Das Meer ist die menschliche Natur. Wir können es nicht ohne ihn tun. Es ist eine Sache von Leben. Alles wurde überfischt und die meisten der Fische wird weniger und weniger. Wenn wir ehrlich sind, gibt es, glaube ich, nur noch zwei, drei Arten aktuell, die noch unbedenklich konsumierbar sind, was besorgt und erregend ist. Wir haben die Ausstellung von neuen, invasiven Spezien. Es war ein bisschen ein Schock. Der erste Moment, wo man sagt, das ist kein Lionfish, ist es? Aber ja, es war. Aber wir wussten nicht, dass es in ein paar Jahren so multipliziert wird. Und das kann nicht passieren, weil es nur Lionfish gibt. Wie so viele Dinge, die gerade nicht stimmen und passieren, ist meistens der Mensch, derjenige, der es verantworten hat. Ich denke, für uns ist es das ganze Leben. Wir können nicht ohne das Meer und die Riefe leben.